servus herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ich habe etwas geshoppt und demzufolge habe ich heute für euch ein kleines haul ich habe heute auch noch ein päckchen bekommen und es ist wie immer skincare es tut mir leid es tut mir echt leid ich werde versuchen mich in zukunft zu bessern und euch mehr make up zu zeigen weil sagen wir ehrlich das interessiert uns ja letzten endes doch sehr viel mehr und ich würde euch auch sehr gerne diese two face sweet peach palette zeigen aber irgendwie ja überhaupt das ist eine andere geschichte und deswegen ich habe letztens bei sephora was umtauschen müssen und wir waren passt auf jetzt kommt wir waren bei aldi ja aldi hat jetzt letzten endes doch irgendwie auch mal nach kalifornien geschafft ich glaube es gibt ihn an der ostküste in florida oder so und in anderen staaten auch schon länger über ein paar jahre aber zu uns hat das natürlich wieder nicht so schnell geschafft aber ich bin ja sehr sehr froh dass es jetzt dann schaffen ich weiß in deutschland gehe ich nie zum aldi einkaufen weil es ist halt ein billig discounter ja kaum kommt aldi nach amerika gehst du halt so hey ich muss hin ich gehe zu aldi wir sind tatsächlich eine ganze stunde durch die gegend gefahren weil der nächste aldi ist natürlich super in der pampa logisch wie kann es auch anders sein und da sind wir einfach mal ins hinterland gefahren und i'm not kidding i'm not even kidding really not ist es hinterland ist erstens mal ist irgendwie nach zehn minuten nach weiß ich nicht 30 minuten oder so ist erstmal komplett alles was grün war verschwunden es war einfach nur noch dreckig und staubig dann ist es irgendwann mal da kommt ein see ich weiß nicht ob das jetzt an der trockenheit liegt oder ob der wirklich immer so ist aber er sah irgendwie sehr wasser arm aus also er hatte schon noch wasser aber es hat trotzdem sehr wasser arm aus leg elsinore wenn es interessiert könnte rücken und ja dann sind wir halt in den ort und dann hast du halt deine ganz normalen du hast costco und du hast deine tankstall tankstall tankstellen und du hast deine baumärkte und was weiß ich nicht noch alles und dann hast du halt dort auch irgendwie den aldi und das geile am aldi ist der hat das gleiche schild also ist schon mal sehr verwirrend ja gut dann steht halt noch food market aber das ist ja so ein anderes ding und dann gehst du hin und dann musst du tatsächlich ist in amerika ja auch nicht üblich erst mal 25 cent münze rein tun ich finde das geil dass wir das übernommen haben und dann gehst du halt in den markt rein und der ist halt echt ohne scheiß der ist halt genauso wie in deutschland ja also da ist überhaupt nichts anderes als allererstes hast du vorne meine deutsche schokolade fand ich auch geil vor allem gut für meine kinder und die preise sind ohne witz auch exakt die gleichen also die haben es sich nicht der amerikanischen markt angepasst und schweinsteuer gemacht so die preise sind halt wirklich saugünstig und ja da haben wir natürlich erstmal schokolade und es war auch noch unser cheat day ja und da durfte ich ja auch schokolade und so essen und dann haben wir erstmal schokolade und kekse und zeug eingekauft ja und ja war sehr interessant war sehr geil und auf dem rückweg musste ich noch zu sephora das hat ja mein mann wieder gut gepasst überhaupt nicht haben wir neue mall entdeckt hier findest du alle vorschlagen eine neue mall und das ist auch so eine schöne außen mall und dann war ich dann im sephora und das ist ohne witz das ist der größte sephora ever ich glaube ich fahre jetzt immer in die andere richtung zu sephora weil der einfach nur total geil war und auch generell ist das so sehr sehr hübsch aus meinem hinterland ist ja auch wurscht passt trotzdem und ja da habe ich ein bisschen geschockt und eine kleine tüte bekommen da tüte und ja jetzt schauen wir einfach mal was hier drin ist und zwar als allererstes habe ich mir 200 punkte perks geben lassen und zwar ist das einmal hier diese clarence ähm multi active true 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 whatever ähm tagescreme sunscreen i'm not quite sure also ich weiß es nicht wirklich es steht auf der einen seite drauf antioxidant day cream und auf der anderen seite aber ganz groß sunscreen also vielleicht beides in einem ich habe es jetzt zweimal benutzt einmal weil ich vergessen habe ähm creme drauf zu machen und beim anderen mal wollte ich sie benutzen und dachte es ist ein sunscreen und dann war die aber sau trocken und die riecht parfümiert ohne ende und auf der anderen seite aber nach sonnencreme und irgendwie voll nicht so mein ding und ähm ja so 15 milliliter drin ich weiß es nicht ähm wie ist ich so sau begeistert davon aber ja und dann habe ich noch eins mitgenommen und zwar ist es von driver des bay breeze ähm ist ein hydrating shot den habe ich noch nicht benutzt weil ich dachte das kann man öfter benutzen nein man muss die komplette flasche ins haar geben nach dem haar waschen quasi wie eine art conditioner und ähm dann muss man es auswaschen also ich glaube nicht dass ich mir so eine sache kauft weil dafür ist es mir dann irgendwie irgendwie ein bisschen zu teuer ich glaube da werde ich dann wahrscheinlich doch lieber ähm ähm konnte ich dann nehmen ja ähm ich weiß gar nicht nach was das riecht naja jetzt auch nicht so prickelnd aber wir werden es probieren ist feier umsonst dann habe ich endlich anna äh check out dingens da mitgenommen auch blöd ähm das hier von make coup 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 äh das ist die raw sauce das ist ein hydrating nourishing essence und das kleine ding kam 14 dollar und ich glaube das schaffe ich zurück weil ähm ich habe nie auf die ingredients geguckt und das mache ich meistens weil ich auch so doof bin eigentlich immer erst bevor ich es mir ins gesicht schmier und das habe ich dann gemacht die bottle ist schön finde ich toll ähm aber das ding ist da ist ähm alkohol drin und nicht der gute sondern der schlechte alkohol und zweitens ist parfüm drin und ja es riecht auch sehr parfümig und ich muss sagen irgendwie parfüm ist ja auch so eine sache die die haut extrem schnell reizen kann und hinten raus wird eigentlich auch eher so die kollagenproduktion quasi vernichtet und sich nicht aufbaut und ähm wenn das jetzt sinn macht und ähm ja demzufolge nicht wirklich so gut ist und der alkohol der drin ist der macht im prinzip exakt genau das gegenteil von bei dem was das soll äh der hydrate nicht der entzieht der haut die feuchtigkeit und dann hast du hin und hinaus ähm ne absolut nicht wirklich ja das ist einfach sinnlos das produkt das komplett für den arsch das geld reine geld schneiderei und deswegen ja wahrscheinlich gibt es jetzt dann zurück ja muss eh zu ikea und alles gleich den nächsten morgen in der nähe logisch und deswegen bin ich dann überhaupt hingegangen ich habe mir einen lippenstift gekauft von bite und zwar ist es dies einer von diesen neuen amuse bush lipsticks in der farbe sugarcane und die farbe finde ich richtig geil also die haben auch richtig richtig coole farben eine saugute auswahl und das allergeilste war in diesem sephora war wirklich mal alles voll ich habe das noch nie gesehen also in der ganzen zeit die ich jetzt in amerika wohn ich bis noch nie gesehen dass alles voll aber alles voll es war richtig genial aufgestapelt und ja wir haben halt richtig geile farben und das ist die farbe sie da mal geswatcht das ist ein richtig tolles so rose pink eher so ein wirklich so meine lippen nur schöner farbe ich habe da so ein thema laufen meine lippen aber schöner ist fast jeder meiner lippenstift ist seit ich habe atemnot lippenstift dran ich weiß der ist nicht so aber den muss man halt auch mal tragen und der riecht total so ein bisschen nach zitrone zitronen ja manche haben gesagt zitronenkuchen finde ich jetzt immer nicht eher ein bisschen leicht nach zitrone aber man merkt halt nicht auf den lippen und wie gesagt da gab es noch so farben ich glaube die eine war so b und dann hatten wir noch ein merengue und dann gab es noch ein braun die fand ich auch ziemlich cool und ja das werde ich mir wahrscheinlich noch holen so jetzt kommen wir zu meinem päckchen und zwar habe ich bei mahalo bestellt das ist eine organic handcrafted skin care line aus hawaii und da kann schon irgendwelche sachen aus hawaii widerstehen ich nicht und die hatten jetzt ein sehr gehabt und ich glaube es waren 20 prozent auf 15 oder 20 weiß nicht mehr genau und da die sachen auch nicht so günstig sind dachte ich mir okay setzt so ein wink gewesen ja bestellt sie dann doch mal und die sind super super schnell mit dem versand mit einem und hier man bekommt hier so ein kleines beklet das sind dann die ganzen sachen drin die sie haben mit beschreibung und ingredient liste was ich immer gut finde es für mich gut und für welche skin types es ist und dann kam diese kleine box also wie gesagt es kam erst heute ich habe noch gar nichts benutzt ich finde es sehr schön die haben hier vorne da noch so ein ding drauf gemacht war in dem umschlag keine angst und da macht was hier auf und dann ist ja auch noch mal der name drauf und dann hat man halt hier war das schön zu und dann finde ich nämlich geil habe ich zwei proben bestellt also ich habe einfach in den comments gefragt ob ich zwei proben haben kann haben kann und habe die bekommen und zwar guckt euch mal den container an ist das nicht geil dass ich finde es so schön ich habe noch nie proben in solchen container bekommen ich war mir erst nicht so ganz sicher was ist das jetzt und ja das hier ist der indigo bomb nee rare indigo bomb das ist quasi so ein bomb also der wird flüssig der wird zu so einem öl also das ist ein festes öl quasi wenn man ihn zwischen die fingern nimmt wird er weich und dann kann man ihn auch der soll quasi heilen und die haut beruhigen und wenn man pickel hat soll das gut sein das anti-inflammatory und sonst was und durch mal die größe an ich finde es total geil das reicht mir ein halbes jahr und dann habe ich noch bekommen das vitality elixir facial serum das sind drei milliliter drin und nicht so süß ich habe erst gebraucht bis ich wusste wie es aufgeht aber es ist ein kleiner rollerball und riecht auch sehr gesund das werde ich auch ausprobieren und dann haben wir noch die maske und die kommt mit so einem holz spaten nein löffel mit dem holzlöffel finde ich saugeil und das ist dann die maske ist der container nicht schön sie finde ich sehr sehr schön aus dieses holz rings rum und ja nennt sich the paddle mask und das ding also es ist ein bisschen hier ausgelaufen aber es geht sieht so aus das ist so eine gel maske quasi und die riecht nach rosen die riecht so so gut nach rosen das ist unglaublich ich finde diese maske einfach ich liebe sie die macht total also ich hatte schon sample davon die macht ein total weiches hautbild also schönes klares hautbild und eine weiche haut und die ist super super relaxing und calming und plump die haut so auf also total geiles ich las einfach mal den link zu der seite unten in der infobox könnt ihr mal nachgucken so damit sind wir jetzt dann durch lange noch gelabert habe ich ja und nicht ein täubchen nicht vergessen und subscribe nicht vergessen wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin macht's gut bye bis dahin